Was war das? Jetzt hat der einen Tisch abgesaugt, oder was? Ja, wenn ich so was ausschütte, ich will es doch nicht wegwischen einfach. Widerlich. Zum Glück habt ihr das nicht mitbekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, zum 80. Mal. Moin moin, liebe Supersorties. Das ist mein Name, das ist für heute mit dabei. Der Tiny Crystal Sweater und der Fampo Dutch. Und wir spielen natürlich Titanfall Hardpoint. Der Fampo Dutch? Fampo Dutch, was habe ich gesagt? Ach so, der Fampo Dutch dachte ich schon. Ach, ist ja doch eine Chance. Ich habe nicht gefürzt. Mit der Shotgun zum allerersten Mal. Gucken wir mal, wie die ist. Oh. Falls ihr übrigens sehen wollt, wie wir eine Stunde lang gezockt haben, Titanfall. Mit einer guten Runde für mich. Dann geht doch mal auf das Suchtiower Video. Und ihr könnt ihr eine Stunde lang genießen. Ansonsten sollte ich noch zu erwähnen, dass die zweite Tiny Ansicht auf Tinys Kanal zu sehen ist von tinychris.tv Da hinten kommt einer rum. Das ist nur Spezialität. Bei C habe ich angesehen gerade. Ich gehe mal zu C. Jetzt Punkte bekommen. Ich gehe jetzt mal zu A. Ich bin männlich. Echt? Ja. Boah. Pilot Assist. War doch wer. Ne, war keiner. Bist du oben? Ist doch ein. Oh, sind zwei sogar. Oh. Heidi, wollte ich gerade kaputt schlagen. Wenn du es versuchst, bist du tot. Oh, oh. Heifuß, los. Hier. Hallo. Oh, oh. Fuck. Oh. Scheiße! Der Gegner? Ach ne, das war nicht mal der Titan, der mir gelacht hat, sondern ein Gegner. Was ist das? WTF? Jetzt soll ich das heute? Ja. Äh, Tiny, ich hab da was auf mir drauf, kannst du mal kurz was runter schließen? Ne, kannst dich selber. Ey, warte. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Danke. Ich hab da was auf mir drauf. Du brennst da aber irgendwie, ist wie ein Kaminfeier jetzt. Äh, ich weiß, bisschen Fieber, das geht schon. Ist wert wenigstens. Challenge completed. Wow. Let's go. Wissen wir unter mir? Wollen wir fertig. Mhm. Da ist einer drin. Wow, wow. Nicht hier reinhüpfen. Wow, wer ist das? Schichten da. Keine Ahnung. Ja, da ist ein Raketenmeer. Was? Was zum Teufel. Der Titan ist auch hergefallen. Yes. Fuck. Oh, grunt. Genoscoped grad. So sieht das also aus, wenn du da drunter liegst. Sehr schön. Der rodeot mich. Nein, jetzt hat er mich gefickt. Du fass. Auch mit der Shotgun. Haben wir jetzt alle die Shotguns? Nein. Ich ja. So, da ist mein Titan. Wie? Oh, Roof Camper gibt's ja auch. Wie cool, ne? Ist jetzt halt nicht wirklich lang am Leben. Ja. Einfach hoch und dann. Ecklarsch. Bam. Small. So. Ja. Das schöne an der Haut der Titan ist, die kannst du so gut rodeon, weil dann... Die kann man toll über die Deo. Rodeon ist auch ein geiles Wort. Ja, mein. Ja, haha. Boah. Der hat mich jetzt auch schon wieder fast erschlagen. Oh. Oh. Ah, der war unsichtbar. Scheiße. Sieht aus wie ein fucking Standerman, Alter. Was? Lass mich da durch. Ich hab jetzt grad mein Teichel geschickt. Ihh. Hacken. Und. Gehacken. Du hast ihn gehackt, weil ich hab ihn grad abgeschossen. Abgeschossen, ja. Oh shit. Floppy Deutsch. Ach, scheiße. Was ist die? So, bei A ist ein Titan, so wie es aussieht. Oh fuck das. Wo kam er, Spectreys für uns. Siehst du mich? Oh shit. Boah. Ich glaub bei mir ist einer drauf. Titan. Ja bei mir ist einer drauf. Tiny dreht dich mal um bitte. Ja. Tiny. Bitte. Turn around, turn around. Turn around, turn around. Ja egal. Ich bin tot. Egal. Wer läuft hier rein? Nein. Doch nicht. Ich lebe wieder. Tiny aber nicht. Hab beide bekommen. Oh. Piloten oder? Ja. Beide Piloten. Wow. Wer schießt da? Boah. Ui. Ich wollte ihn jetzt nicht runtergehen. Fuck. No one can stop me. Komm ich mach jetzt geht's mit meinem Titan der runterfällt. So. Einfach mal ein bisschen roadkillen hier. Zack. Zack. Challenge complete. Was heißt denn? Damage core. Oh man. Du machst kurzzeitig mehr Schaden. Oh shit. Muss ich auch erst aufladen und so. Tiny deine Maschinen steht hier unten. Schwer's. Oh den hab ich gefickt grad. Das ist schon für den. 13 zu 2. Und raus. Komm hier mein Freund. Komm hier mein Freund. Ich helfe dir für dich. Fuck. Ich hab kein Leben mehr. Hinter dir ist einer. Der massiert meinen Arsch. Boah. Ich versuch den zu kriegen. 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 Ich checkt. Yeah. Das ist so lustig. Okay buddy. You're approaching Alpha. Watch for Honda. Oh es sind zwei so geil. Fuck. You are approaching us. Nee. Er ist die fuck drauf. Den reite ich denn grade? Ich bin drauf. Machst du den 12? Dann hab ich mal in den 7. Komm hier. Ihr Roof Camper. Oh Gott. Oh. Yes. Gekickt. Der ist doch geil. Shit. Ich hab gar nicht gemerkt dass da einer ist. Bei wem? Ich gerade drauf. Okay. So. Oh shit. Ich mal lieber runter. Der Explosivbereich. Bei A ist da wie einer. Oh mein Gott. Ich hab mich selbst so gejagt. Wem wundert das? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott du. Ah. Wo ist er mich mit dieser. Warte jetzt so. Ich hab nen Titan. Das sind so. So bei A bräuchten wir ein paar Leute die zu Fuß machen ja. I'm on the way. Könnt ich die eigentlich auch machen ne? Mhm. Keine Schreie. Ah dieser Titan grad hinter mir. Geholt. Verdammt. So. Dann werden wir mal ganz kurz einnehmen. Incoming. Oh fuck. Ich hab nicht viel Punkte. Ich warte es jetzt schon bei A. Oh fuck. Da ist nicht nen Titan. Ach ne das ist unser Titan. Das ist mir echt ja. Gun out. Ja. Ich komm mal mit drauf. Also ich reite dich. Spät mach ich schon. Oh ich hab auch nen Titan. Mal kurz irgendwo gedroppt. Lass mich dich reiten. Meine Fresse. Kann ich das Ding jetzt hier auch nehmen? Ja das ist gemein ne? Wie meinst du denn jetzt? Oh ne er ist automatisch jetzt. Oh fuck. Fuck. Oh. Es verfolgt mich heftig. Ah das ist ein Typ. Oh wo? Tiny wo bist du? Hier bin ich. Hier ich reite dich. Yay. Fuck. Du bist drauf? Ich bin voll drauf. Alter. Auf. Oh ich geh immer runter. Das geht voll ab. Oh Titan Battle bei C alter. Ja ich weiß weiß. Wo ist der denn? Boah. Ja ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh da ist noch einer. Ah den mach ich platt. Den mach ich platt. Komm her. Ich muss raus. Achtung. Nuke. Ja. Yes. Oh ich hab noch einen umgebrochen. Den Nuke man. Ich mach auch Layout hier. Ach Mist. Der steigt aus. Verdammt. Jetzt kommt der Epilog. Oh cool. Ja. Wir müssen. Oh der hat mich. Wir haben gewonnen oder? Ja. Komm her. Du machst das. Scheiße. Ich rett mich. Obwohl ich den gedingst hatte. Egal. Feridon. Warte ich. Ich guck mal den Zweck zu. Ja ich auch. Stabelt also durch die Stadt. Hier rein. 17 zu 3. Ja obwohl ich eine ziemlich gute Runde hatte. Da hab ich ziemlich schlecht Punkte anscheinend. Lass du dich hin kommen. Ja ja. Das wäre er am Fick gehen. Ja ja ja. Mach das mit. Ach Stacke. Könnte ich bitte jetzt raussteigen? Auf wie das ausziehen. Yes. Hast keine Nuke gehabt? Nö. Aber ich hab den Titan trotzdem zur Stadt. Natürlich. Yeah. So hektisch kann das aussehen in Titanfall. Mehr Videos und Livestreams kommen. Die Tage übrigens. Und äh. Gucken wir mal. Darin nochmal übrigens an Zünge mit TV für den Key. So. Stand raus. Und wenn ihr von mir mehr wollt einfach sagen. Das ist ja auch auf meinem Kanal dann das Video. Ah ich hab jetzt schon aufgehört aufzunehmen. Blöd. Oh. Schade dass ich noch aufnehme. Oh. Abonniert. Eigenwerbung. Warte mal. Du nimmst auf. Das heißt du machst Werbung für deinen eigenen Kanal auf deinem Kanal. Ja. Oh. Kannst du das nicht? Alter.